Markus Brucker gehört zu meinen Lieblingswinzern. Er ist ein dynamischer, witziger Typ mit jeder Menge positiver Ausstrahlung und erzeugt dazu noch großartige Weine mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Der 504er ist ein neuestes Werk. Ein im Barrick spontan vergorener und ausgebauter Riesling, der mich ein bisschen an die Weine des Pfälzer Weinguts von Winning erinnert. Einfach mal probieren und selber ins Schwärmen geraten.